Ich probiere jetzt Carina Locken mit dem Dyson zu machen. Fun Fact, Carina hat davor den Dyson noch nie verwendet, also wusste man nicht genau, ob das Ergebnis gut wird. Und zweiter Fun Fact, ich bin echt nicht gut darin, anderen Leuten die Haare zu stylen, nicht mal wirklich meine eigenen. Ja, deswegen wusste man nicht genau, wie das wird, Vanessa, wer übrigens auch dabei, wie ihr gerade sehen konntet. Und ich sag's euch, Carina hat so unglaublich viele Haare, deswegen sind wir, glaube ich, circa eine Stunde da gesessen. Sie wollte dann noch ein bisschen selber ausprobieren und sie war direkt ein Profi darin. Nach gefühlt tausend Strähnen, ich glaube, das waren wirklich tausend Strähnen, waren wir dann endlich fertig. Ich hab das noch ein bisschen mit Haarspray angesprüht. Dann ist Carina noch ein bisschen mit ihren Fingern durchgegangen, hat das Ganze gestylt und das ist auch schon das Ergebnis. Ich mein, hallo, Topmodel.